Ja, in der ersten Titel war die Tscheche klar besser. Sie haben gezeigt ihre Klasse. Sie sind topfit, natürlich im Juni angefangen. Und sie war die bessere Mannschaft. Wir hatten Glück, dass Treudel unglaublich im Tor das Spiel gehalten hat. Und meine Mannschaft hat einfach gebraucht, diesen Rhythmus zu kriegen. Wir trainieren auf unserem Niveau und dann die Spiele gegen die Tscheche, das dauert Zeit. Und ich bin einfach froh, dass wir meinen Weg gefunden haben, zurückzukommen. Sofort goals.